Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel FIFA Allstars Ja Freunde, heute habe ich im Zug Lionel Messi gezogen Und zwar hatte ich da auch noch El Sharabi in Form im Pack Aber Lionel Messi habe ich einfach mal im Zug gezogen Bin sowas von ausgerastet Meine zwei Kollegen haben gar nicht gewusst was da abgeht Weil die einfach sich nicht mit FIFA beschäftigen Ja Freunde, hier seht ihr ja auch schon den Lionel Messi haben wir in unser Squad eingefügt First Owner natürlich rechts oben zu sehen Ja Freunde, seine Werte natürlich mehr als überragend Was will man dazu sagen? Einfach nur ein mehr als genialer Spieler Und da würde ich eigentlich schon sagen, springen wir dann auch schon ins Spiel Natürlich Lionel Messi First Owner, das hat man nicht alle Tage Und heute habe ich auch ein neues Thumbnail am Start Denn ja, ich habe einen neuen Designer gefunden sozusagen auf Facebook Ein richtig netter Kerl Und da habe ich eben auch einen Link zu seinem Channel in der Beschreibung Ist zwar kein Designer-Channel, aber er macht auf jeden Fall coole Rap-Videos Keine Ahnung wie man das sagen will, aber auf jeden Fall ja Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Spiel Wir hier mit unseren Barcelona-Trikots und er mit irgendwelchen anderen Trikots Und dann sehen wir schon sein Team natürlich mehr als overpowered Mit den ganzen Pushkarten natürlich wird das Ganze gar nicht leichter Thiago Silverman auf dem Match hinten drin Und sehr, sehr viele Pushkarten hat er ja angewandt Wir spielen das Ganze im Kampf Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Szene von Lionel Messi Lionel Messi natürlich ein richtig schneller Spieler Zieht er schön vorbei, macht den Job mit dem Roulette, geht er dann vorbei Und dann holen wir den Freistoß raus Und den tritt natürlich kein geringerer als Lionel Messi Höchstpersönlich Und was macht er mit diesem Freistoß? Er macht daraus ein Tor und was für ein wunderschöner Freistoß von Lionel Messi Und dann jubelt er natürlich wie in echt Und das war einfach ein wunderbares Tor von Lionel Messi Ich spiele ihn ganz ehrlich das erste Mal in FIFA 15 Ultimate Team Aber dieses Tor war einfach mehr als wunderbar Einfach schön über die Mauer gezirkelt Beziehungsweise daran vorbei Der Tor, man hat hier gar keine Chance Dem lassen wir hier keine Chance Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Situation von Lionel Messi Und das ist schon in der siebten Minute Hier kommt der Mitspieler schön durch, spielt den Ball auf Messi Und der wird einfach mal umgegrätscht Wie, ja keine Ahnung wie man das sagen will Auf jeden Fall wird er hier von den Beinen geholt Aber wie Er machte hier fast noch einen Vorwärtssalto Naldo Grätschen hier umkriegt dafür Zurecht die gelbe Karte Wahrscheinlich in real life eine hundertprozentige rote Karte Aber wie wir das hier nochmal sehen Ein ganz klarer Elfmeter Der macht dann hier noch den Vorwärtssalto Leider habe ich Lionel Messi nur die Nummer 8 gegeben Das habe ich irgendwie nicht beachtet Natürlich sollte man ihm die Nummer 10 geben Aber ich denke, das ist kein großes Problem Lionel Messi verwandelt den Elfer natürlich ganz, ganz sicher Und dann macht er hier wieder seinen Jubel Küsst die Fans sozusagen Bedankt sich für diesen Elfmeter Der wirklich geschenkt war Der Torwart hat natürlich hier wieder gar keine Chance Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Situation Gleich danach kommt hier Lionel Messi Macht einen schönen Fitness außerhalb der 16er Und ich schwöre euch Lionel Messi ist einfach der Spieler Im Ultimate Team Der ist so geil zu spielen Der ist einfach nur richtig krank Mit dem kann man so gute Tore machen Wirklich im Nachhinein werdet ihr dann noch sehen Wie viele Tore er gemacht hat Also ich habe jetzt nur dieses Spiel bestritten Auf jeden Fall wird er jetzt nämlich auch noch ein Tor machen Und zwar ein sehr, sehr schönes Hier presst er sich wirklich gut durch Kann sich gut durchsetzen Obwohl er nur 1,69 groß ist Und macht er natürlich auch noch das Tor Hier seht ihr es wird eigentlich schon abgedrängt Kommt aber nochmal an den Ball Und sichert sich dann den Ball Und macht ihn dann eben rein Und dann steht es eben 4 zu 2 Ja Freunde Dann sehen wir jetzt nochmal Was Lionel Messi für ein Pace am Start hat Was ist das eigentlich für ein geiles Dribbling Man kann hier einfach durchrennen Der Gegner hat gar keine Chance Irgendetwas zu tun Der Lupfer ging dann leider nicht ins Tor Aber auf jeden Fall Hat Lionel Messi eine Top-Leistung gespielt Und ja Freunde Leider habe ich den Ragequitt nicht aufgenommen Der Gegner hat geragequittet Kann ich auch natürlich verstehen Aber Lionel Messi in einem Spiel 4 Tore Das könnt ihr ja hier sehen Ja Freunde Dann würde ich eigentlich schon sagen War es das mit dem Video Ich freue mich einfach so Dass ich Lionel Messi gezogen habe Ihr habt es eben Thumbmail gesehen Den Screenshot Das hat mir ja eben ein Kollege erstellt Und das sieht richtig geil aus Und dann würde ich eigentlich sagen War es das auch schon wieder mit dem Video Ich würde mich freuen Wenn wir 15 Likes 15 Likes für dieses Video knacken können Denn Lionel Messi zieht man einfach nicht alle Tage Und dann würde ich eigentlich schon sagen War es das wieder mit dem Video Und ich sage wie immer Ciao Leute FIFA Allstars War es das wieder mit dem Video 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 Untertitelung des ZDF, 2020